Hallo und Booyah! Jetzt zurück zu Amnesia für Dark Descent. Wir waren im Aufzug. Und es geht tief. Es geht jetzt glaube ich... Moment, hab ich auch. Ah, okay. Okay. Ich führ da raus. Dann will ich nicht. Führ ich hier raus? Nein, ich darf nicht. Also, es geht runter. Was ist doch äußerst in der Welt? Nein, ich bin zurück. Ähm... Nein, wie uncool! Hoch, hoch! Ja, gut. Ähm... Das war doch mal sehr erfolgreich. Das ist ein sehr hübscher Start. In der letzten Folge haben wir den Aufzug repariert, damit er wieder funktioniert. Und jetzt müssen wir ihn und was ist passiert? Wir stürzen ab. Ich stürze ab. Wir nicht. Wir stürzen damit. Ich stürze ab. Komm, Daniel. Komm, ich weiß das. Du kannst vorangehen. Ich glaub an dich. Oh, Mann. Komm, hierher. Was war das? Entschuldigung, ich hätte dich erwähnt. Eine von meinen Aufgaben als Barron ist die von einem Präsenwärten. Das ist, wo die Kräfte geschlossen sind. Der Dungeon? Sehr gut so. Komm. Don't linger. Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir unsere Super-Mann-Kräfte benutzen, um den beiden wegzunehmen. Oh Gott. Okay. Okay. Da war schon wieder jemand. Okay, was war das? Okay. Sehr cool. Ich werde sicherlich viel Spaß hier haben. Sicherlich. Definitiv. Oh mein Gott. Ich werde sicherlich viel Spaß haben. Okay. Okay. Ich hab wieder Öl. Das Öl geht so schnell aus. Okay, was zum Teufel war das? Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Okay, ich weiß nicht, ich werde sterben. Okay, da haben wir wieder unseren besten Freund, aber es lässt mich nicht hammeren. Scheiße. Was ich tun, was ich tun, was ich tun? Was ich tun? Ich bin nicht mehr. Oh, oh, oh! Okay, das ist also wirklich verdammt selten. Ach, du Scheiße. Okay. Und da will ich jetzt erfinden. Okay. 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 Oh, oh, Tal! Oh, oh, Tal. Oh, 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 we'll never tell you! Oh, you're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. Oh, she could be hurt, or worse. Wenn ich ernst habe, dieses Spiel weiterspielen? Hm, ich hab ein Meißel. Ich hab ein Meißel. Okay. Okay. Hier war ich schon. Hm. Oh, woher kommst du? Bitte, wir haben keine Zeit, um das Loch zu brechen zu machen. Das ist... Niemand kommt. Hurry! Ich versuche das Loch mit dem Bett. Alles wird gut. Ich versuche... Okay. Okay. So gefällt mir das. Okay. Gotcha! Oh! Huh. So. Ich brauche einen Hammer, denke ich. Ah, ich stecke fest, ich stecke fest! Bitte, nicht. Okay. 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 Oh-oh. 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 Pssht! Pssht! Schatze! Verrate doch nicht, dass ich hier bin, Mann. Komm, berühre dich, berühre dich, ist also gut. Der böser Mann ist weg, denke ich zumindest, kommt der hier nochmal vorbei. Leichter Kutschmerzen auf die Zähne, Mann. Jetzt hab ich bloß da, haben wir. Wo kommt er irgendwo wieder her? Ich brauch verdammt nochmal irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kutsch, ein kleiner Hura. Was ist das? Kommt da was? Kommt der? Kommt der nicht? Kommt der? Kommt der nicht? Ich hab keine Ahnung. Ach Gott, ich bin so anstrengend. Gut, ja, ähm. Ich bin heute etwas ruhiger. Ich weiß. Ich war daran, dass ich jetzt schon so viel aus der Sitzung mit Hermann hatte. Bevor die Mission endet, ich will euch den Fisch mal zeigen, was eine Hacke ist. So, wo ist die Gesichtserkrankung? Na, wo bist du? Ah, Hammer. Tadaa! What the fuck? Ähm. Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgeschützt. Ha, cool. Ich bin heute Morgen. So,